Jolo, was geht? Willkommen im vierten Video, und zwar Champions League Prediction. Heute spielen wir mit Brügge gegen Benfica. Ihnen Brügge natürlich. Und Pré Nico und Benfica. Yo, yo, was geht? Ja, also Regeln müssen wir erklären, nicht, oder? Hm, nee, komm. Ihr wisst schon alles, ne? Genau. Waldstadion, Digger, Portugal? Portugal, nein. Ja, okay. Uh, erstes Tor in der vierten Minute. Nur alles zurück, was du über die Mannschaft gesagt hast. Also, Brügge ist einer der besten Mannschaft der Welt? Finale. Finale gegen Real Madrid? Klar, Brügge. Hä? Komm, schieß. Ich glaube, ich stelle dir ein paar Fragen, ne? Ist das schon so jetzt? Ja, schon. Ja, dann. So, Prediction, ne? Brügge gegen Benfica. Schieß los. Okay. Detailliert bitte, ne? Detailliert? Ja, bei dem wollte ich gar nicht detailliert machen, aber komm, ich versuch's. Okay, gut. Okay, gut. Ich hab keine Ahnung, wer Brügge ist und so. Ich kenn nichts von der Mannschaft. Ich kenn nicht mehr einen Spieler von der Mannschaft, okay? Benfica, ja. Portugal? Nein. Genau? Ja, ich glaube, es wird Benfica, ne? Wie viel? Boah, ich weiß jetzt auch nicht, wieso Benfica drauf ist momentan. Bin ich dir ehrlich? Hm. Ich hab meine Hausaufgaben nicht gemacht, ne? Merke? Ja, das ist sehr schlecht, ne? Ja. Aber, ne? Antizipieren, bisschen. Auf Bauchgefühl achten. Ja. Ich sag mal so, Hinspiel wird es so ein Unentschieden sein bestimmt. Unentschieden? So ein knackiges 1-1. Okay. Beide treffen. Gute Quote. Typika hat Angst vor dir, ne? Ja. Und Rückspiel, denk ich mal, dass dann Benfica die Schippe oben drauf setzt und gewinnt. Hm. Sagen wir mal so, ich hab meine Hausaufgaben erledigt, ne? Hast du? Ja, natürlich. Oh, da bist du der Bessere, ne? Ja. Brügge hatte eine seltsame Champions-League-Gruppenphase, weil sie haben einfach ihn zerfetzt. Nein. Ich glaube, in der Gruppe mit Brügge war sogar Atletico Madrid und die haben Atletico richtig bumsi bumsi gemacht, ne? Echt jetzt? Ja, ja. Wow. Und in der Gruppe von Benfica war Jugo und PSG. Und ratet mal, wer erster wurde. Benfica, ne? Uh. Deshalb zwei starke Teams dieses Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie im Moment spielen in der Liga. Mhm. Aber für mich bin ich klar. Ja. Hinspiel, glaube ich, so 3-1 so ungefähr. Und Rückspiel knackiges 2-0, 3-0 so. Also für mich hat Brügge so gut wie keine Chancen zu gewinnen. Ja. Bei mir auch. Auch wenn es schön wäre, ne? Wenn so ein Klub Brügge im Viertelfinale kommen würde, aber sehr unrealistisch, sagen wir mal so. Aber ich würde es voll feiern, wenn Benfica so eine komplett alles hops nimmt und die Champions League gewinnt. Würde ich auch feiern, du? Ehrlich? Ich auch. Ja. Aber, ne? War irgendwie nie, ne? Muss an Napoli vorbei, ne? Genau. An Napoli vorbei, ne? Nur über die Leiche. Ja. 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 Also gibt es halt nicht so viel zu sagen. Für mich? Für mich? Langweiliges Spiel. Ja. Dann am Ende geilste Spiel der Champions League Geschichte. Keine Ahnung. Kann gut sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schau. Ramos. Das ist Ramos, ne? Super. Ja. Ey. Paul, okay. Sonico. 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 Nächste Frage, ne? Frage, ne? Mhm. Wer ist für dich die beste Benfica Legende? Lass mich kurz überlegen. Aguas Rui, ne? Wer? Wer? Aguas Rui. Ach so. So. Ja. Ich kenn ihn nicht. Wer kennst du ihn? Der hat schon, der hat 90er in Benfica gespielt. 2009 sind wir in Benfica gespielt. Aha. Du bist ja gut informiert. Hahaha. Na gut. Na gut. Weißt du, wer für mich die beste Benfica Legende ist? Wer? Bro. Es gibt sogar eine eigene in FIFA. Okay. Alle Portugiesische. Komm. Überleg mal. Der Figo? Ne. Na. Wem gibt's noch? Warte. Einer der besten Ikone. Ah. Da haben wir ihn. Eusebio. Eusebio. Der hat bei Benfica gespielt, ne? Seen, oder? Ein fettes Seen. Ein fettes Seen. Ja, natürlich. Er hat's erfunden, ne? Er hat's erfunden, ne? Ja, geh. Ja. Ja. Okay, gerade wusste ich nicht, dass er bei Benfica war. Hättest du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, Aguas C... Äh. Du weißt auch? Ja, schon, ne? Ja, schon, ne? Wann war seine Prime? Welches Jahr? Welches Jahr? In den 90ern. Ach so, welches Jahr genau? Ach so, welches Jahr genau? 96 vielleicht. Das gute Jahr eigentlich. Ja, ja, super, super. Da war ich noch nicht mal auf der Welt, ne? Aber deine Eltern, ne? Ja, deine Eltern, ne? Ja, er kennt ihn. Dein Vater kennt ihn, er hat mit ihm gearbeitet? Ja, ja. Ach so. Bei Benfica, oder beide? Ja, Bro. Und Eusebio war Trainer kurz. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass dein Vater Benfica-Legende ist. Ja, schon, Bro. Okay, sorry. Respekt, Mann. Ja, alles gut. Ich weiß, was sei dir. Kennst du irgendjemand von Brüsch? Brüsch? Also, um ehrlich zu sein, nein. Aber diesen Sommer, ja? Ja. Sommer war das? Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub schon. Oder Winter, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall hat Milan von Klopp... Brüge? Brüge? Einen Spieler gekauft, der eigentlich gut aussah... Der Brüge? Der, genau, Decatler oder so, wie heißt der? Wie heißt der? Der grad auch als SPC da ist. Fücher sah. Ah, okay. Du? Also, ich hab mir ein paar Spiele angeschaut von Milan und so, aber der Typ ist echt Katastrophe. Der sieht aus wie Kaka. Der muss sich dran gewöhnen. Ja, nach fünf Monaten, oder? Ja, nach fünf Monaten, oder? Nee, aber der sieht aus wie Kaka. Mhm. Aber spielt wie, keine Ahnung, wie... Wie lebt man denn so, weißt du? Boah! Nicht gut. Ja, aber Kern-Lärmphase, es dauert halt ein bisschen, weißt? Ja, stimmt. Er ist grad bei Baby-Icon so. Ja, genau. Oh, klar geht er rein, Alter. Normal? Oh. 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 Was ist denn das? Brügge. Brügge. Champions League Sieger. Ich sehe nichts. 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 So, wir schauen uns kurz an. Die Champions League Sieger 2023. Ach, es gibt nur ein Trophäe jetzt, weil Champions... Genau, die ist neu so. Nur für dieses Jahr, für Brügge, ne? Für Brügge haben sie es kleiner gemacht. Oh mein Gott. Na ja, aber jetzt ist was mit dem Video. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, liked das Video natürlich. Und wir hören uns beim nächsten Video. Ja. Peace out. Peace and love, ne? Ja. 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 Ja.